Weißt du mal, wo der ist? Im Raum vermutlich, was? Was? Nein! Wo ist der? Nein! Sieben, krass! Ich bin runtergefallen. Ja, und? Hast du nen Token Code verdreht? Und noch nachladen? Ja, locker easy. Warum auch nicht? So ein richtiger Alex-Moment. Ich wusste gar nicht, dass es da runter geht. Wir machen das gleiche. Ich brauche jetzt zwei Wände oben, okay? Vakery-Camp. Könnt ihr die Vakery-Camp bitte erledigen? Habt ihr noch nicht gefunden? Gar nicht. So, pull's down. Diese Vakery-Camp fällt halt ab. Hab sie! Hey! Hi! Aufpassen, ihr habt's so ne Barrikade weggemacht. Ich sah schon, wie du mit den Kill klauen wolltest, Mario. Das hab ich schon gesehen. Wollte nicht klauen. Ich wollte eigentlich... Rechts! Und das machst du nicht? Warte, 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 mach da auf! Mach, 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 mach! Ich mach da auf! Hier ist eine Granate, ne? Da drinnen? Wo ist denn der? Ach, ich hätt's doch erwischt jetzt! So, jetzt mach das, Mario! Mach das, mach, mach, mach das! Rechts! Rechts! Ich fuse! Warte, warte! Ich fuse... Ich fuse... Wer ist da unter mir? Wer ist da unter mir? Christ? Ihr seid unter dem Ding! Christ bei der Treppe! Nein, irgendein Raum bei der Treppe! Ja, keine Ahnung, ich hab Angst, dass... Der ist im Raum! Es ist keine Fusion, ich bin über dir, genau über dir. Ja mach das nicht, mach das nicht. Wie lange dauert das bis ich da bin? Ah, was ist hier? Hast du den? Ja. Ich dachte zu. Warte. Ja Alex. Achso, bei mir läuft er so mit dem Schild rum. Alex, bei mir läuft er. Alter sieht es so scheiß aus wie du gerade hier rumläufst bei Alex. Bei Alex läuft er gerade mit dem Bade getroffen. Ah, sieht lustig aus. Ja, komm. Wie das denn? Ich hab dich doch getroffene Termite, warum? Wir standen halt einfach direkt mal zu dritt. Das sieht so scheiß aus. Das war jetzt echt komisch, wa? Bei mir hat er die ganze Zeit den Schild auf, ne? Kommt da so ein großer Schild an. Geh weiter. Ich guck doch auf die Treppe. Ich guck doch auf die Treppe. Los, geh weiter mit Alex. Das wird sowas von Chief Games. Kannst du mich oder was? So, ist tot. Treppe ist tot. Treppe ist tot. Da ist ein Bandit bei mir. Achso, ich, 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 ich hab den Schockplatz. Reloading. Da ist einer. Links, hinten, links, hinten links. Los, Luma, gib Gas. Geh runter, geh runter. Geh einfach runter, Luma. Was? Das ist frei, geh runter, los. Links. Was? Der hat mich nicht getroffen, aber die Geister... Ist der links oder rechts von mir? Der rechts ist im Raum. Im Raum. Im Raum. Rechts. So meinst du das? Da ist Strom drauf, er wird sterben. Da auf dem Schild ist Strom drauf. Du musst aber jetzt durch. Guck dann rechts rum. Ist das eine Sprengladung, oder nicht? Nein, springen und dann rechts rum. Du musst springen. Warte, warte. Ne, das ist die Kasse. Direkt rechts. Springen rein, Mann. Nein, das weiß er nicht. So schießt er nicht. Oh, voll. Luka. Nimm die Geister, nimm die Geister, nimm die Geister, nimm die Geister. Mario! Nein! Ja! 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 Ey, genau das ist Ende hier grad. Die Wiederholung musst du es halt zeigen. Alter, wie geil war das denn jetzt? Wir müssen das immer ruinen hier mit dem. Hast du das aufgenommen. Ich nehm das schon mal aus! Dann mach doch! Ja, Frost ist weg. Sprick raus. Schön. Was war das denn jetzt? Wir brauchen den Fetscher. Macht hier irgendeiner auch von euch? Wir brauchen aber Fetscher. Nein brauchen wir nicht, wir bauen nur IQ. Wo war der? So. Ich werde... Nein. Ich habe weggeheist. Mario, Hilfe. Mario, Hilfe. Und oben ist Cavera. Ich rein, ich rein, ich zu mir, ich zu mir. Ihr seid beide tot. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bingo. Wie das da einfach... Wie das da einfach so liegt? Ihr guckt es direkt so an. Oh Mann. Es tut mir leid. Ich habe schon dieses... Dieses Klettverschussgeräusch gehört, so... Ja. Ihr seid sowas von tot. Wer hat aufgeschossen? Ein Gegner? Oh, jetzt habe ich... Oh, die machen auf, die machen auf. Das war übrigens Verena. Ja, ich habe ganz... Verena hier sprach. Wo machen die denn auf? Die haben bei mir aufgemacht mit... Achso, da... Alter, ich habe die Drohne nicht getroffen. Schön gemacht. Das war Twitch glaube ich. Ne, aber das ist noch... Ja, Twitch Drohne habe ich auch erwischt. Aber das ist noch eine Drohne, die rumfährt. Da ist... Da ist Montagna. Genau da, wo ich gucke. Da genau ist Montagna. Das ist was hat von der Redner gesagt. Von der Seite. Werde ich getroffen. Dass ich das nicht gehört habe. Äh, auch Michi. Ähm. Ja, ich kann mich nicht zeigen. Warte, warte, warte. Nein. Nein. Leider nicht. Ja, danke. Oh, sorry. Ich habe die ersten... Ich war ein bisschen... Wegen den ganzen offenen Sachen war ich ein bisschen hebelisch. Ja, das ist gut. Ein verletzt. Also wir haben eigentlich nur zwei Gegner. Da ist einer. Ah ne, ich habe die Bahn, häufig. So. Ist er bei dir? Ach, meine Güte. Puh. Das hat Gott gut. Kannst du schauen, dass ich komme nicht. Ich habe auch kein zu viel dabei. Jetzt wird's lustig. Warte. Das sind zwei. Tom Halt ist direkt hinter ihm. Ich höre. Ja, drei Leute. Zwei. Hab sie. Nur noch. Montagne. Warte, warte. Montagne. Ja, geht halt. Du glaubst mich gefährlich. Nein, glaubst mir. Nein! Komm zurück Leon, bitte. Halt! Nur jetzt von zwei Seiten bitte. Oder das. Komm. Nicht schießen. Nicht weiter schießen. Lad nach. Oh. Oh. Sorry, Alter. Oh. Alter. Ja, bei so einem Montagne-Krieg, da kann man schon kalte Füße bekommen. Also. Machst du das. Da hatte ich schon ein bisschen Glück. Alter, mach mich doch nicht fertig. Ich hatte schon so im Gefühl, als alle dahin wollten. Mach. Jetzt hab ich verloren gegen Montagne. Zum Glück nicht. Alter. Scheiße, Mann. Jetzt bin ich auch in den Schuss reingelaufen. Wie blöd von mir. Okay, jetzt. Ihr schafft es schon. Und dann das. Ah. Haben gewonnen. Schön. Kurze Nacht. Ich hätte es verkackt. Denkst du? Ja. GDF, wie dumm war der denn? Ich weiß auch nicht. Jetzt war definitiv drin. Ja. Ja. Ignorier mich nur. Ignorier mich nur. Ignorier mich nur. Ignorier mich nur. Aber wie doof war denn der Wook bei dir? Ja, ich war auch nicht. Er guckt weiter um dich rum. Hä? Hallo, hier bin ich. Einfach ignorieren. Okay. Was ist das Shit? Hä? Eh. Was soll denn das ein Shit gewesen sein? Mochte. Ja. Hab ich mir von. Äh. Machen wir wieder Frauengespräche? Mhm. Ah Leon. GG hier schreiben. Das ist jetzt noch ein bisschen zu früh. Erst wenn man gewonnen hat. Dann darf man GG schreiben. Höchstens easy darfst du schreiben. Ne. Lieber auch nicht. Ne. Too easy besser. Ja. Und dann easy. Und dann noch hier irgendwie Noob und. Äh. Lol. Ihr könnt gar nichts und so. Ja. Na ich lade dann erstmal ne Runde. Ja. Ich weiß nicht warum aber ich lade das mal. Hä? Ja. Wasch. Lade. Komm. We all saw your last kill. Kick him. Ja komm. Shit. Was. Hi. Am ist auch doch wieder gelandet. Und da ist schon einer drauf. Und unten ist Blackbeard. Ja. Ja. Ich verhöre. Ich verhöre. Ich verhöre. Was? Aber er hält bei ihm halt eigentlich genau aufm Kopf. Ja. Am Fenster da vorne ist Blackbeard. Nein. Du wirst sie vermuten. Oh Gott. Ich verhöre. Ich verhöre. Du wirst sie vermuten. Vielleicht. Ich verhöre. Ich verhöre. Ich verhöre. Ich verhöre. Ich verhöre. Ich bin nicht gesprungen. Weil dieser Typ, dieser Panik-Attack. Oh man, das war so gut. Ich bin, ich, ich, ich hab Lea-Taste gedrückt, er ist einfach nicht gesprungen. Fährt rein. Nee, schockt ohne. Okay, hast du Mario? Wir sind noch eine, wir sind noch eine. Die gehen rein Mario, die gehen rein. Die sind drin, du musst rein. Du musst rein. Du musst immer noch rein. Sofort links rein, sofort links rein, sofort links rein. Rein, 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 rein. Und jetzt links, links. Jetzt hat man das jetzt holen. Mario, Mario ist gerade gekillt. Fünf. Das war ein 8 jetzt, oder was? Ja. Alter. Alter. Und der noch. Sehr herrlich. Ach, ich glaub ich brauche es. Habe ich auch geschafft. Medikament. Hau ich halt. Alter. Ja, ich sag ja immer gut vorhin. Sehr, sehr gut gemacht Mario. Alter, wir haben hier gezogen. Fünf, alle fünf, das komplette Team. Alter. Alter. Du kannst auch nicht wissen. Wir haben nie an dir gezweifelt. Wir hätten nie zweifelt. Alter. Ich weiß. Sehr gut gemacht. pineapple. Puh! Ich weiß. Sehr gut. Auch weil der längst. funnel Millionen Panikkat bum.